Herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Heute besuchen wir mal die Burg Frankenstein in Mühltal. Wie ihr hinter mir seht, bin ich schon ganz oben auf dem Aussichtsturm. Aber nachfolgend kommen ein paar wunderschöne Bilder von hier. Viel Spaß beim Anschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich zeig euch das mal Musik Schilder mit ein bisschen was geschichtliches zu der Burg drauf Dementsprechend hier in der Kiste auch Flyer zu mitnehmen Da steht auch nochmal alles Wichtige drin Ja, dann nehmt ihr euch auf jeden Fall mal ein Musik Musik Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wenn ihr mehr solcher Videos von Ausflugszielen in der Umgebung Ohnwald sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben Ich würde mich sehr freuen Lasst natürlich ein Abo da Und wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut Musik 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 Bis zum nächsten Mal.